Wilhelm Busch Der Bauer und das Kalb Ein Bauer, der kein Geld mehr hat, der brächte gern sein Kalb zur Stadt. Doch schau, wie dieses Tier sich sträubt und widerspenstig stehen bleibt. Der lebenswürdige Bauersmann bietet umsonst ihm Kräuter an. Vergebens druckt er es und schiebt, das Kalb bleibt stehen, wie's ihm beliebt. Und ganz vergeblich ebenfalls sucht er es fortzuziehen am Hals. Jetzt schau, wie er's mit Disteln sticht. Das Kalb schreit, bäh, doch geht es nicht. Er nimmt das Kalb bei Schweif und Ohr, doch bleibt es störrisch wie zuvor. Mit Drohen und Belehren sucht er es zu bekehren. Doch schon im nächsten Augenblick möchte es durchaus zum Stall zurück. Da denkt er es mit Schlägen, zum Gehen zu bewegen. Allein trotz allem Schlagen muss er das Kalb noch tragen. Weil das ihm aber lästig ist, besinnt er sich auf eine List. Er hängt die Glocke um, schreit, Muuuuh! Da glaubt das Kalb, er sei die Kuh. Das Kalb